Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Oliver und für alle, die die Probleme haben mit ihrer Logitech Maus G300 oder G300S, habe ich dieses Video gemacht. Ich zeige euch, wie man die Maus auseinander baut und gebe euch drei Tipps, was zu beachten ist, wenn ihr diese Maus sauber machen wollt oder reparieren wollt. Als allererstes mal geht es darum, die Maus auseinander zu bauen. Dazu muss man vier Schrauben finden, die sich tatsächlich unter der Gummierung befinden. Ihr müsst also die Gummierung abmachen mit einem Schraubenzieher oder mit dem Fingernagel und dann könnt ihr einfach mit einem Elektronikschraubenzieher diese vier Schrauben raus machen. Dann stellt ihr die Maus auf den Tisch und könnt ihr ganz gemütlich den Deckel abheben und schon ist die Maus offen. Was ihr euch als allererstes unbedingt merken solltet, ist die Lage des Kabels. Das Kabel läuft hier auf der rechten Seite lang und genau da muss es wieder hin, bevor ihr den Deckel drauf macht. Ansonsten kann es Probleme geben. Ihr kriegt dann den Deckel nicht mehr richtig drauf oder später werden die Maustasten nicht mehr richtig zu drücken sein. Also merkt euch die Lage dieses Kabels oder macht euch einfach ein Screenshot hier von diesem Bild. Dann der zweite Tipp. Ich habe mich also dazu entschieden, die linke und die rechte Maustaste einfach auszutauschen. Also die rechte Taste auf die linke Seite zu machen und die linke Taste auf die rechte Seite. Das heißt, ich habe die beiden Tasten einfach mit dem Lötkolben entfernt, also das Lotzin heiß gemacht und mit einer Zange und einem Schraubenzieher dann beide Taster herausgehebelt, die einfach an der Lage geändert und wieder festgelötet. Und das ist auch schon der zweite Tipp. Wenn ihr also tatsächlich die Tasten wechseln wollt, dann achtet unbedingt darauf, dass die Tasten genau dieselbe Höhe haben wie alle anderen Taster. Wenn jetzt also nach dem Einlöten die Taste minimal höher sein sollte, kann es ebenfalls passieren, dass ihr später beim Klicken hier ein anderes Klickgefühl habt oder dass es hier Probleme gibt. Und der dritte Tipp, der betrifft das Scrollrad. Hier gibt es eine Lichtschranke und eine Lichtquelle und diese Lichtquelle ist ab Werk so ein bisschen leicht geneigt. Ich sage mal, die ist hier so nach links geneigt und wenn dieses Mausrad nach dem Zusammenbauen etwas schwergänger sein sollte, dann könnt ihr tatsächlich also diese Lichtquelle vorsichtig mit einem Schraubenzieher noch so ein bisschen weiter neigen oder mehr aufrichten, so wie ihr also dieses Mausrad haben wollt. Da braucht ihr also keine Panik zu haben, wenn ihr die Maus zusammengeschraubt habt und das Mausrad ist schwergängiger, dann nehmt einfach den Deckel nochmal ab und dann könnt ihr hier einfach nochmal die Neigung etwas korrigieren und dann ist die Maustaste wieder so, wie ihr sie haben wollt. Okay, das waren so ein paar Tipps zum Thema G300, also auseinanderbauen und die Tasten von links nach rechts und so weiter austauschen, das ist überhaupt kein Problem. Man kann die Maus natürlich noch sauber machen, mit einem Wattestäbchen vielleicht, das Mausrad noch ein bisschen putzen, damit hier der Handschweiß von Jahren mal da wegkommt und dann habt ihr hier also wieder eine Maus, die hoffentlich dann wieder picobello funktioniert. Wenn ihr was mit dem Video anfangen konntet, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss, bis zum nächsten Video.